Mein Name ist Gerd Holschow, ich komme aus der Buch im Rundenwald vom Almondhof und wir nutzen die O2 Barrier von Polydress schon drei Jahre. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein wichtiger Grund für die O2 Barrier ist das Verlegen. Das geht sehr flott, weil die Unterziehfolie schon integriert ist und man kann die mit zwei Mann verlegen. Das Wichtigste für mich ist eine sehr gute Grundfutterqualität und unsere Grasilage ist unser wertvollstes Grundfutter, was wir haben. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir auch eine sehr gute Milchsäurevergärung haben und das funktioniert mit der O2 Barrier von Polydress perfekt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020